Moin moin und willkommen zurück zu Pokémon Rubble U Heute geht es ins Vereinsmuseum, Verkehrsmuseum Vereinsmuseum würde ja auch ein bisschen passen, aber ich glaube zu diesem Spiel nicht Modelleisenbahnraum, ja Und zwar mit diesem Vorteil, Vorspann, weiß ich nicht Falls der eine oder andere sich wundert, weswegen ich die Teile immer noch nicht lese Ich bin einfach immer noch zu lesefaul Oh, mein Quas Oh, ja, du kriegst gleich mit mir zu tun So, oh, lieb Unkel, alles einsteigen Das ist doch mal was Geniales Nimm 10 Sekunden lang Schaden in der Giftzone What? Okay Ich lass mich mal überraschen Was da auf mich zukommt Also, wir sind wieder Spieler 1 Und wir spielen mal mit Oh, Energieball Marakamba So, die Bunkel, das wird also ein Psycho-Pokémon Psycho-Pokémon, wo haben wir denn Psycho-Pokémon Können die irgendjemanden Psycho-Attacken Leute, die Bunkel ist ein Kampf-Pokémon, ein Kampf-Psycho Äh, Kampf-Kampf-Dings da Kraftreserve Barshoft, aber Der ist auch ganz schön schwach gegenüber Ich glaub, das reicht auch nicht Komm Die Rafaric Äh, weil ich weiß echt nicht, was die anderen da noch haben Äh, machen wir Rosenarde noch Und Vadipi Nö Ninnjask Ninnjask, weil Ninnjask Geniale attacken kann Also, los geht's Gucken wir mal, was jetzt abgeht Wie geht ihr den Box? Im Zeitlimit? Wow Wow Okay Antippen Geht nicht Schade Ah Ah Überall dieses Gift Okay Hier kann man sich wirklich aufladen Oh, ein Etenbock Initiative steigt Sehr schön Steffa Treffer Treffer So, und Warum machen die hier hinten was? Energieball Verteidigung Steigt Verteidigung Verteidigung Visa Flora Früher Ja, früher bei der Produkten Edition Kaffee hab ich schon immer gerne Wo bist du, Bisa-Flor? Ja. Ah, schön, schön. Oh, Bisa-Flor. So, erst mal retten. So, heilen. Wie gesagt, schnoss. Warum ist eigentlich immer diese komische Idee, als ob hier gleich jemand, der hier gleich besichtbar sein würde. Ganz komisch. Ganz komisch, ganz komisch, alle. Ja, alles, ja, ach ja. Aber die Bunkle habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das ist komisch. Oder ist er mir jetzt einfach nur entfallen? Wer weiß da schon so genau? Wer weiß da schon so genau? Na ihr, wenn ihr das Spiel noch mal ein bisschen zurücksetzt, bis ihr wieder nach vorne guckt, da wieder zurücksetzt, da wieder nach vorne guckt, dann können wir genau hinschreiben in die Kommentare. Hat man die Bunkle gesehen? Oder war das nur ein Foto? Und damit die Verwirrung wegen den Giftbädern. Vielleicht war es einfach nur eine Verwirrung mit den Giftbädern. Oder bei Nidorina, Nidoran männlich und Nidoran weiblich haben wir. Verwirrung mit den Giftbädern, Nidoran, 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 Nidoran. Aber nicht Rush Hour, waren das eigentlich im Verkehr? Ah, hier stimmt, hier sind keine Modelleisenbahnen. Hahaha, sehr schön. Ja. Ich würde sagen, wir können das Team Kira-Barik, okay, was haben wir hier? Ja. Und da haben wir Niniask. Ja, komm, Niniask, ja, nochmal. Und dann auch hier da vorne. Deniwe, Mann. Los geht's. So, verteidigen. Schöne Burg. Sehr effektiv. Wow, lasst mich hier, lasst mich da, lasst mich wo auch immer. Ich muss nicht für einen Burg verteidigen. Mut, die Burg verteidigen und Schämpfungen einsammeln. Nein, 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 nein. Ihr dürft hier nicht meine Burg angreifen. Nein, 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 ihr dürft hier nicht meine Burg angreifen. Es ist meine Burg. Ich darf hier machen, was ich möchte. So, Heilung. Ja, warum? So. Noch eine Kapsel. Oh, ich muss hier echt alles heißen. Noch eine Kapsel. Und noch eine Kapsel. Nein, 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 nein. Oh, sehr schön. Ja, Treffer. Versenkt, komm, komm, komm. Ah. Da hinten ist jemand. Komm, hier, von der anderen Seite. Wo ist da jemand. Ja, bam, bam. So, jetzt kann ich erstmal hier ein bisschen einsammeln. so und es kommt Pikachu med Golfesewer Golfesewer Husband ich habe faculty wirken Eissant das Pikachu Achtung Nein Nein Nein, nein, nein. Ja, und das Hammer verteidigt das Schloss. Das kleine Böckchen. Ja. Burg verteidigt in unter zwei Minuten. Unser Erzähligen 50er haben wir. Jahrhundert eingesammelt und den entscheidenden Kampf haben wir in unter zwei Minuten entschieden. So, sieht's aus. Ja, und das war eine schöne Rush-Auer auf jeden Fall. Zehn durch Antippen und zehn Kapseln, elf Kapseln haben wir alleine eingesammelt, die anderen haben gewonnen. Das sind ja Teamkollegen. Oh Mann. So, das sind unsere elf. Die elf des Tages. So, Rush-Auer geschafft. Dann fleißige Zahnräder. Ja, fleißige Zahnräder. Könnte ich mir einiges vorstellen. Setze ein mit B beginnendes Pokémon. Ich hab's in den Kommentaren, wer, 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 wenn, wenn ein Pokémon mit B im Sinne von, ich hab das hier jetzt übersehen. Da, Barshofft, 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 Barshofft fängt mit B. Würde ich sagen. Die haben ja doch eigentlich alle gut ineinander kombiniert. Wohl Ninjask. Hm. Na, also. Unser Barshofft hat eine, äh, äh, eine Stärke von 529 gegenüber dem, was da jetzt gleich kommt, ne, mit 850. Es wird heftig. Also, möge das Glück auf meiner Seite sein und nicht auf deren Seite. I say, what? Schrauben? Kann ich damit irgendwas machen? Ah, das sind Münzen drin. Da sind Münzen drin. Ja, und Barshofft ist, glaube ich, die richtige Entscheidung gewesen. Mit seiner Attacke hier, die können hier wirklich ein bisschen, ein bisschen was anrichten. Ich kann ab, da, tippen. Ja, dann helfe ich euch doch. Sagt mir das doch. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Da ist noch jemanden hier. Warte. Jawohl. Kapsel erhalten. So, weiter. Da oben ist noch eine. Cochner Bonn. Wo bin ich? Da bin ich. Ah, da oben ist jemand, da oben ist jemand, da oben ist jemand, zack. Oh oh, ich bräuchte mal ein bisschen Energie. Aber ich bräuchte mal ein bisschen Energie. Sonst bin ich gleich weg vom Fenster. Klick, tick, klack. Ich bräuchte ein bisschen Hilfe. Ich bräuchte ein bisschen Hilfe. Weiterspielen. Ähm. Erst recht, weil das ja so gut eigentlich ja funktioniert hat. Na, deswegen füge ich das jetzt nicht großartig ein, dass wir das hätten anders gemacht. Geschafft. Leise geht's an Räder. Ja, Boss besiegt. 200 eingesammelt, 6 Raketen, 6 Kanonen zerstört. Ach, die hätte ich was stören können. Scheiße. Okay. Da weiß ich das zumindest für den vielleicht zweiten Durchgang. Vielleicht, dass er vielleicht mal wieder nochmal ein bisschen die Aufgaben hier. Dann möchte ich mit richtig Fetzen und weiß ich nicht. Ja. Ja, zwei durch Handtippen. Ähm. Ja, damit das ja auch so ein bisschen vollendeter ist, wie es jetzt ist. Wohl andersrum. Seid ihr dafür, dass ich das jetzt nochmal ein zweites Mal mache? Also jetzt nicht hier als komplett, ne? Aber mich halt ein bisschen noch einsammeln, so. Oder eher. Nö, mach das einmal durch und gut ist. Barschuft. Yeah, Barschuft. So, geschafft. Und damit gehen wir in die nächste Welt, nämlich in Zugesetzterung. Freut euch drauf. Wir sehen uns morgen wieder. Schaltet ein zu Pokémon Rumble U. Also bedankt und tschüss.